Nicht nur bei Let's Dance machen Stefano Zarella und Maria Maxina eine hervorragende Figur. Doch nun ist um die beiden ein heftiger Streit ausgebrochen. Noch bevor es offiziell in die zweite Show von Let's Dance 2024 geht, zeigen Stefano Zarella und Maria Maxina auf dem Instagram-Kanal des Let's Dance-Kandidaten einmal mehr, dass sie nicht nur Hüftschwung-kompatibel sind, sondern sich auch beim gemeinsamen Kochen bestens verstehen. Hübsch, jung, sympathisch und Single. Stefano und Maria sind einfach das perfekte Match, oder? Zumindest empfinden das einige Fans auf dem von Stefano Zarella seit dem Start der aktuellen Staffel so. Doch die Kommentare unter den Videos für einige Fans fiel zu weit, sodass sogar ein heftiger Streit um Stefano Zarella und Maria Maxina ausgebrochen ist. Stefano Zarella und Maria Maxina. Das hat es mit dem Streit auf sich. Im Grunde ist bereits seit einigen Tagen zu beobachten, dass die Fans bei Instagram unter jedem neuen Video mit Stefano und Maria fast inflationär oft posten, dass die beiden ein »schönes Paar« abgeben würden. Das ist zwar grundsätzlich sicherlich liebevoll gemeint, doch letztendlich ist genau darum ein Streit ausgebrochen, der die Fans in zwei Lager teilt. Auf der einen Seite schreibt beispielsweise eine Userin unter das neueste Video mit Maria etwas scherzhaft, die Mutter deiner Kinder, was fast 50 Mal geliked wurde. Doch darunter postet eine weitere Userin, dass diese Art von Kommentar viel zu weit gehen würde. Ich verstehe, was du sagen willst und ich finde auch, dass die ein süßes Paar abgeben würden. Aber solche Kommentare sind sowas von daneben. Auch dieser Post wurde über 60 Mal geliked. Die Fans sind so gespalten wie nie zuvor. Stefano Zarella und Maria Maxima. Single oder vergeben? Das ist der Status quo. Dass »Let's Dance« ja durchaus dafür bekannt ist, die eine oder andere Traumverbindung herzustellen, haben ja unter anderem Massimo Sinato und Rebecca mir, sowie Christina und Luca Henni eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bei Stefano ist der Sachverhalt auch relativ klar. Zwar war der 32-Jährige zuletzt mit Ex-GNTM-Kandidatin Romina Palm in einer Beziehung, doch dann kam es zur Trennung. Momenten ist Stefano Zarella definitiv Single und auch durchaus offen dafür eine neue Frau zu finden. Bei Maria Maxima sieht es diesbezüglich jedoch etwas anders aus. Auch wenn die Profitänzerin in der Regel über ihr Liebesleben schweigt, hatte sie im Interview mit Gala vor dem Start der neuen Let's Dance Staffel indirekt bestätigt, dass sie bereits glücklich vergeben sei. Die letzten paar Wochen war mein Freund und Partner mein Sprungbrett. Wir haben uns oft gestritten, aber jetzt sind wir ein Team. Eine Partnerschaft in dieser dynamischen Zeit ist wirklich nicht leicht. Aber wahre Liebe und Vertrauen sind das Wichtigste in einer Beziehung. Deshalb ist es für mich wichtig, dass mein Partner ehrlich ist und ähnliche Werte und Einstellungen wie ich vertritt. Und das ist für mich wichtig, dass mein Freund und Vertrauen sind das Wichtigste in einer Beziehung. Und das ist für mich wichtig, dass mein Freund und Vertrauen sind das Wichtigste in einer Beziehung.